Endlich Ruhe! Man kommt ja von lauter Regierend zum Nichts. Hallo Herr Sauer. Ja, ich wollte nur sagen, es wird wieder später. Ja, ich muss nämlich noch den Herrn Steinmeier, Steinbrück und Gabriel das Ergebnis des Deutschland-Spiels durchgeben. Sie waren ja gestern so wahnsinnig lange bei Herrn Präsident Hollande zu Gast und haben nicht mitbekommen, was rund um sie vor sich geht. Nee, besoffen waren die wohl nicht. Jedenfalls nicht vom Alkohol, mehr so von der eigenen Bedeutung. Gut, er hatte ja begrüßt, als kämen da drei Bundeskanzler auf einmal. Bitte? Nein, ich mache kein Wortspiel mit Hollandspiel und Hollandspiel. Aber das Spiel, das Hollande spielt, ist mindestens so durchschaubar, wie wenn Holland eine Abseitsfalle versucht. Aber eigentlich habe ich ja gestern beide Spiele ignoriert, jeweils aus Protest. Und den habe ich durch ein äußerst subtiles Farbenspiel ausgedrückt. Am Vormittag trug ich nämlich einen sehr orangefarbenen Bläser. Also mit der Farbe der ukrainischen Revolution. Später zog ich mich dann um. Denn ich trage am Tag des Hollandspiels ja nicht Oranje. Dann habe ich mir das Spiel angeschaut, mit großer Freude, aber natürlich nur unter Protest. Und als Herr Löw dem Balljungen die Lederkugel aus dem Arm boxte, dachte ich, das verpasst ihr von der SPD jetzt. Sonst könntet ihr sehen, wie ich das demnächst mit eurer Finanztransaktionssteuer mache. In diesem Sinne, bis nachher in den Berichten von heute. Ja, ich komme ja schon.